Musik Wir sind hier zu einem übergelaufenen Keller gerufen worden in der Schlesienstraße in Auernheim. Wir haben einen Kellerraum mit Ablaufschacht gepumpt, der entweder durch Stahlregen wieder den Kanal von unten gedrückt hat und bei weniger Regen hat er ihn wieder abgelassen. Und so geht es im Prinzip schon seit zwei Stunden. Wir haben jetzt das Wasser, wenn es geschmieden ist, abgepumpt mit der Sauchpumpe und dem Wassersauger. Wir werden jetzt versuchen, den Kanal zu verschließen mit Gummimatten und dementsprechend Material. Und suchen auch noch dementsprechend auf der Straße den Ablaufschacht, ob wir irgendwo eine Verstopfung oder etwas feststellen können. Wir sind hier mit zwölf Mann im Einsatz.